Guten Morgen, ich wünsche Ihnen allen Gottes Frieden in Jain-Wood. Wir haben einen Schraftaufschnitt gehört, was Gerald hat gesagt, ob Englisch. Ich habe ein Wort von dort, wo er hohe Pläte steht, wieder noch. Aber wenn wir und denken, und Nehemiah sind in der Geschichte, ich weiß nicht, wer von Günd, letztlich Nehemiah gelesen hat, hat irgendwer Nehemiah 5 gelesen gestern, von der Sankt Adelie, gut. Ich habe vielleicht vor dem gelesen. Was passiert da? Warum hast du geschrieben, was du geschrieben hast? Denn Nehemiah, der war krank. Je fein war krank, als er hier in Jerusalem bestohlen wird. Heute wird er in Babylonien, heute wird er im König, der Trinkesreitmärkert hat. Heute kamen alle Tage vor dem König, und die König sagt ihm. Und die König merkt, dass er wird ruhig. Und die König frühe, was er war. Und als er nicht gelernt hat, er redet, er hat einen Stahl gebetet, dass er ihm die Rechte wird, wo er redet. Und dann fuhr er in Jerusalem, er kriegt seine Tid, um die Schafen, um die Wund abbüren. Und er schaffte er, er hatte viel Genestand. Der Haufmännchen musste mit Gewehre reiten, um die Menschen wegzuholen. Und er, was er schaffte, er musste ein Gewehre haben, ein Gewehre haben, eine Eindekale. Und so schaffte er, und büde sie die Wund ab. Viele Farmer können gleich akre, wenn sie ihre Tid haben, um die Wund abbüren. Dort wird ein Gratet, der ich in Ander. Und dann, im Kapitel 5, dann kommt er noch ein ganz anderer Trubel ab, was man selbst ist. Und dort war er, wo wir von dem reden reden. Aber wenn wir da immer gehen, dann war er noch ein Verschnehmung im Niedestament, in der Apostelgeschichte auf, Versaßen 20, dort sagt es, dass diejenigen wurden dort erste an Antiochischen Christen genannt. Was haben wir dort mit dem Kapitel zu tun? Mir ist das interessant, was hier passiert. Die Christen seht ihr nicht, hey, hey, guck mal, wie sind die Christen? Sie stahlen nicht die Billboards ab, wo gerade noch abgeschrieben standen, hier in diesem Arm gehend wo die Christen, dass die Menschheit würde weiten. Wer nannte die Christen? Die Menschen von Ramahant. Antwort, Christen genannt. Das wäre nicht, dass sie selbst, musst du das bekommen geben. Wo wisst ihr, die Menschen, die Christen wären? Die Saal dort. Wenn jemand mich in deinem Leben betrachtet von dir, und die hier, was wir sagen, magst du, dass wir ein Christ sind? Ich weiß, dass in Gedanken wird uns vielleicht betäumt. Besonders wenn, wenn die Dinge denken, wo wir schwachen sind. Was sagt diese Weg? Die Weg Nehemiah 5 lesen hat, wie wir in Opassa bei uns in Kenia, ich ging morgens im Park, wo ich stelle, dann bleibt mir Nehemiah 5 besonders satt. Ich lasse dich Nehemiah, und dir ich Azra, und Nehemiah 5 bleibt mir satt. Was sagt die Gemeinde Jesu Christi aus, wenn wir das verglichen mit Nehemiah 5? Wenn Menschen von Besieden anstecken, was sagen sie? Wer behandelt sie uns einer dem anderen? Würden sie sein, dass sie an Christen, dass sie sich an sich behandelt haben? Seien sie verantragen das? Würden sie gleich sein, dass sie Christen sind, und weiter die Ertanung? Das ist ein Gedanke, was wir besonders betonen, und dort erst kreikt, dort port. Und woran ich noch von meinen Dingen reden? Ich kann nicht eine lange Reihe punkten, aber wir wollen, besonders in Nehemiah 5, ein paar andere Fahre von Besieden nehmen. Bei Nehemiah 5 ist ein von den Kapiteln, was verfehlt verschiedene Teilmarschätze anzuwandern. Verschiedene Dinge können wir da rücken nehmen. Wir können da rücken nehmen von finanziellen Dingen, wir können da rücken nehmen von wo man die Schuld angegene hat, wir können da rücken nehmen, wo leidenschaft schafft werden, viele mehr Dinge. Wo man konflikt wird angegangen. Und wir wollen von den Klinbäten nur da kreikt, wo die Menschen sich an sich behandeln. Unsere Beziehungen, was wir merken, was wir dann haben, und wir haben einen großen Einfluss auf die Menschen, die drama anzend. Manche sind selbst über die drama anzend. Und wenn man da denkt, und wenn man da denkt, dann werden wir ein paar Schnee überlesen, wir wollen Luther noch ein paar Schnee überlesen, aber wenn man noch ein paar Schnee kiegt, dann sagt Nehemiah, zu den Lädersch von den Falk, sage ich dir ganz drüßt, dass es nicht gut wird, was sie tun. Sollt ihr nicht in Verricht von unserem Gott leben? Worum? Dann sage ich dir, anderswoher in den Falk wird unsere Feen sein, über uns sparten. Das will nicht die Menschen machen, das will die Menschen von Besiedern, die wird über uns sparten. Wann wird? Wenn sie nicht in Verricht von unserem Gott leben. Nehemiah ist hier besorgt, wie sie Leben tun, wie sie sich und ihren anderen behandeln tun, wie sie einen falschen Eindruck geben von ihrem Gott, und wie die Menschen von Besied das Bild von dem Worthaften Gott durch seine Kenntnis ist das Ass. So, was ist die Ursache? Was passiert hier? Was passiert in Nehemiah 5? Waren wir noch mal trägen, war er ganz falsch ein? Wenn ich Nehemiah 5 lese, dann finde ich zu viel was sich so erinnert mit der Gemeinde von dem, mit der Gemeinde Jesu Christi. Wir sind Christen, wir haben das Gott fair, wir glauben, dass Jesus hat uns in den Sender betont, wir sehen das, und wir sagen, wie Gott Gott ist, und wie Gott uns niemand loslaten, das glaube ich auch. Und wir glauben, dass wir hierher sind, und wir glauben, wie wir leben. Und das ist auch so statt, die Bibel leert das so. Ober, Ober, wo leben wir? Wo sind die Gemeinde Jesu Christi von besied? Was für Einfluss merken wir? Seht ihr wirklich das Seite Geruch Jesu Christi, wo Paulus von reden wird? Dort wird Nehemiah ganz der höchste Ursache, wo ihn verdreßlich wird mit den Träubels, die sie da haben. Ich weiter das in einem angemittelten Gedanken, wenn wir denken, was er ganz von besieden. Ich bei mir sei lange nicht vollkommen, sei weit oft davon. Ich weiß nicht, was ich das mit dieser Sals. Wo war wir noch vor, wo ich ein der Vier vor dem nach Plotisch lesen. Und das wird der Tid, was die Mauer bedeutet, dann ab einmal verscheint, dann man der Falsch entstand eine große Antifriedenheit. Das wird gar mit den Fähnen zu tun, was ein Träubel bedeutet. Das wird man eher eine Menschen. Die Männer und ihre Früße bekleiden sich über ihre Stammbreiter. Was sind Stammbreiter? Das sind ihre Mätbreiter, ihre Freundschaft. Was auch die wir Eingesäten, wie man unsere Sehensäte durch Jenseiten am Getreide zu kippen, dass wir eten und leben können. Da müssen unsere Sehensäte durch Jenseiten Und andere Säten, wie man ans Ackerlohn wie in Gordes in Hisa durch Jenseiten um unser Hungerschnout Getreide zu kippen. Noch andere Säten, wie mussten ans Ackerlohn in Wien Gordes und Jenseiten um die Jelte kommen, dass wir den König können Tag tun. Und sie sehen, wie sind unsere Breiter von das Fleisch und Blut. Und unsere Kenia sind auch Erre Kenia. Und wie unsere Sehensäten Dachter aus Gloven Deine Lutten und einige von unseren Dachter sind Mast Brückt worden und wir können nichts dagegen tun. Wir sind ganz im Eing. Wir haben keinem wo wir rutsch gehen. Und ans Ackerland und Wien gehören andere. Und sie wissen, was Gott gesagt hat. Sie wissen, dass nur alle sie geben und alle 50 Jahre muss er haben alle Land was er trach gedeilt man alle Menschen es geplant hat. Aber sie sei wir können nichts er tun er 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 kum hat die mur b war er er fahr ich wird die menschen verbieten der hinger er an seien wenn er einmal man all das muss er noch ein grad war er stund er an hängen es die möglichkeit von totbrechen von ihrer ene schwierigkeit wurde ungehand angehen dort wie viel schlimmer als von den von besied weil den viel we seit die Situation in Jerusalem wurde das wir zämlich noch unsere vandalsche kultur nah mehr wie viel wird mit wenig drei stahl und die stahl für den vandalschen dach wie weit von euch wird in jahre wie viel stehen ich meine nicht so eine ganze kultur wo wir leben nicht da wird wenig von jüden treten kommen was in babylonien wird verschlabt worden und dort wird 150 jahre von aus was das ist ne mir hier erst wird von 150 jahre nur dem was die staaten ganz versteht wie war den dole gebräck geworden die mensch hat die 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 staaten noch lange nicht ab geb und falls sie sind wieder nach knappe tid ich glaube der august regn wenigstens ans das jahr wird ich glaube die hat ein dreht jahr ent boven an fehl farmer hat ihre land aber leg die 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 mür ab in Jerusalem so da werden ein paar andere sache und was die lehr noch viel besser möge die könig hat noch tags abgeleicht was adle von an plus gar nicht tun können sie muss die tagstuhl und land wenn sie das akkrediten und sie holt land und sie muss nicht versatet zum geld lieb zum tags betuhlen und land das schafft aber lang bloß überhaupt gar wenn sie nicht trägt tun können muss sie dem land am tisch geben so marah her kenya muss das glube sein und sie sehen das antikrack sie geht kenya ist die andere lieder kenya und sie dürfen nicht glube sein an die babylonia sie wird glube an er einen menschen dann zu boven an fahrer das nach einer vom anderen antrass für das Geld was schuldig werden so eine antrass das gar nicht können betonen und wer da hat die der eine menschen rechne nehmert von der oma nah mir hat hier nicht gewiss ob sie das antwort wird hier angeht dann musste sein arbeits hölten aufnehmen er hat hier eine mühe geschaffen kratzt ist einer von der andere dann musste den hölten sie leiden und seinen Kopf eine ganz andere sache andere dass wir zu gut waschen die ohrbäder wo wehnt wenn Nehemiah mögt alle menschen schaffen hei wir seien gnädiger mon ob er schaffe muss sie alle das fängt wie Luther noch hier versahst er ich lese aus dessen um himmel schrie die wird hielt war ich sehr ehrlich Nehemiah hielt das Volk dort hat das wir sind fährt die schrie um himmel sie will help her dann sagt die antwort ich seuer ehrlich aber dann versäben dort ist eine besonders schwäch erfahr und ich überlebt mir die Sache geht heute ich nicht aus dem das team das heißt wie andere die nicht open leitet püsten ich überlebt mir die Sache geht und dann schuld ich die und seine Männer in die ruts haren und seht und die und seine man an ruts haren der eite jeder dag mit nehemiah top und in selten dash hei sagt er die den anderen nutzend am antreste gewannen und brachte eine große versammlung gehen an top und seht ant wie habe unsere jüdische breiter los gekauft von der fremde fahr von die fremde fahrt so wie uns das mählich wir in die wahl in die salz den salz zu kreipen dort wie die ware los kreipen man dort was sie wollen sie hatte der los gekauft wie weit man schlie manchmal absteht die halb wurde sich nicht mit weiten nam hat das werden mal hop die los scheiden dort bis hier dann auch zu nehemiah sin it die die wahl die wahl das von jene menschen und die rotshaaren und die angestallte was da die dann werden sie stahl und keine antwort die haare können sich nicht verteidigen sie können nicht sagen sie wieder stahl und schockiert hat vielleicht ein bisschen wenn wir denken dass nehemiah da wird wie sind die leid da war es erreicht das sind weil nehemiah war so da die bibel leid nicht dass er erreicht das da sind die bibel leid wie da eine firma erreichte den wenn wir da sind jesus war doll er war ehrlich er am temple und schreibt der rüht hat wir nicht da über die menschen hat wir da über die vergehen jesus haus die sind aber leift im sender dort schafft man die toll kreik so paul sagt wann die eurer nicht sind die nicht sind die war mal leser feier versaßen 20 he sagt wann die euren dann soll so dass die nicht versinn und dort nehemiah dann sagt paulus ob er vereinigt und er die saan und er passiert hier auch ob einig matri klar hat das was nehemiah hat dort wie in anderen euren als von der färten sein und städt die färten wir wo wot euren an am euren ditt dreie wot euren dott fall färgeng am euren dott sinne arrechte sache passere däden ditt wie viel schlemm ist dat die muur am jerusalem do gebrauchen werden dat die mese nicht ab te bühe jeng dott euren an in wot dem noch so euren dat wir se jem voll scherbilt von erden gott nicht bloß für ein salz aber für die menschen rom euren so nehemiah hat gerecht ein euren nicht so die kämmer kam gesünder war ich rüht sie soll ganz euren sein wenn wir euren lich sind wir sollen nicht wenn eine person euren lich werden über die sind wird drehen das über die euren 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 sache wenn Gott sin charakter antasten und Gott nicht reichte bild nicht reichte bild von gott geft nicht stelle bleibe weis handel nehemiah hont hier das in euren sei weis wie los uns dort und ich überlebe mir die sache gaut und dann schuld ich dich an je seine maner in rutshaaren hat ich hängt an arme arme arbeitern an hälte an dote fair hängt nur dem grote man an dem amt hat um das sache an eite das wo wir luther im kapitel nach lesen so wot meint meint so nehemia die blot nicht los ist die tiert so die euren and juchse chame drü dat dite nicht so he red nicht ist ab he die kirk die beahm he dite die dite den oden an holen sei hey hey nehemia calm down calm down nan evalete dat gaut in sache licht bade hier war dat an sin leitung dat sache die an frühe wat he walt dan bade gaut am stahl en vira wat is is so en im schure he dat hier ook ober as he antworte dat dan dat he niet boven van bas eva raam am bas raam dan ging he gong slecht nur die sache he konfrontiert des graute mana kreik door wo die tröbel wir die kona am nicht antworte ab dat wat her fraude he die beaumte en rech er gedau wat se horde dat dat he rechte niet nur sin hier feile hij best zich om god sin woord wat he sed dat stem kreik met god sin woord dat sind welche bies paul wat die mat saan haule want got het niet verbaide dat geld lieg oder antworte te nemen om het gelie dat geld god haf sin ordnung en sin granze wat het bet antworte kam en dat wes ne hemia waar we lees 5 mause 23 vers 20 en 21 dat eerste port dat die salen nicht antworte nemen want die june noba geld oder to eten oder irgend as lieg zodat de hergen god june sehnen kan an dat land wo june na gonne do to wohnen dan sacht er ober no een fremden der die ab antras ut lieg ober nicht no een van din volk dan wat de hergen god june sehnen kenne en alles wat die doen en wang die dat land na kenne want de hergen kenne dat die door leven worden wo wein am dat god sin ome hugh gehaald wordt dat wat nehemiah hier sacht god sin ome kreeg niet dat bild wer god wie ne me brot niet zine ene volle antrechte en antreak wiese hij kenne god sin word breng dat ho hij sed die den evert trede dat is all wat die dan dat stamt niet met god sin wale dat is van dat niet een gewijnlijke dink to dan wat nehemiah hier deed wie hier zeerleicht matthäus evenfarsch eind wat gebrok van jemant den anderen wat verhaald dat dat niet rechten dat die die niet gerecht waren dat neem wie dat 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 die taupang van de bibel wie dat niet rechten dat rechten hier van ganz dat wat dat ver man rechten die bibel liet ans die saale den nächsten konfrontieren war dat patient camp in erleben man wie das fahrt matthäus 1 47 im kontext von bibel lesen anfängt wie viel meyer dat got erwart dort die an mat breiter konfrontiere saale man sie nicht und ja gott sie gebaute sich abholt down ober dat kemp leichter beanderd wie man an sie enige feile in verstalgen doen wenn die bühne sei ab wenn die tied lang in druck boven lecht en wie tust du met druck seien nah mir brugt die bibel in somatic wie nicht so an sie verstalgen in gefeile was nah mir die lehrer vom valk konfrontiert wat er in valk genut sind dann seien sie dort wir haben die sind nicht sie haben nichts trägt zu sein he seht an in valsch acht in seht an des ne him ja weil die einer den anderen nutzend dem antre zu warnen und brachte eine große versammelung die einen taup in seht an wie haben unsere jüdische breite los gekauft wird an die fremde fälge verkauft werden so weit als das für uns möglich wäre und die wollen den selbst vertreiben dort wie die los teilen machen dann werden sie steil empfangen keine antwort weite da hat sie gar nicht an gedacht so wird nicht reg heute ne mir red nicht bloß boven bet von den den an ordnung ist er hat ganz berupt und sagt dann kriegt wo die Sache ist über diese man wird so selts centrist sie dachte bloß an sich selts noch er hoppen sie können gleich wieder checken sie werden da te lach n fallen und sie dachte nicht mal dass die andere ihre matreiter werden und schleich sie werden viel wenn ja dachte sie an wo Gott die Sache für die Menschen haben mit dem was sie schaffen da sind wie die in die fehlte mehr ich sage nicht wie von der die die leben aber wir stehen auch in die vor krax ist jane döden für mich ist wirklich salz zentrisch geworden dort wir einmal bei unserem matreiter und matreiter im christus vorbeikäcken und einmal die körper jesu christ die nicht dort bild ha vor die soll ha und werden ja antragend wort nicht mal die seite hier ha vor die soll ha aber wenn ihr seht nicht bloß das wie jes stammelt an wieder hat den futzende praktische leisung an beide für ein problem wo sie waren wenn er sagt dass sie können verstehen was sie sieht er seht nicht wo ich in rauf sa und bei meinem das wo ich nicht mal essen sie wollen in der unter arbeit sein er sagt den fahrt hin und fahrt auf das sagte der roth haren in meine breite in meine freundschaft haben unsere stamm breite auch in geträgt geliebt wie hat das getan wie hat geliebt dann sagt der ober wir wollen diese schuld strecken jeft an von der doch jeft an von der doch er akka land er wien gottes in oliven gottes in hies at rate in streckt ant er schuld was sie beginnt haben in gelten geträgt in wien und all was wird passieren und das von der buchstäblich so je do word ich meine nicht land to links und so wieder meine das den wird bis nicht gut die reelle meyer das sei wie keine teilkunft von so person wenn dort auf einmal gestreckt wird die war auf 0 anfangen wird dort gottes in omen anschwiegen oder gottes in omen chloram merken wieder am end von dem kapitel wo ich noch meine einzel her zu sein wort jeremia wirklich oder ne jeremia wirklich oder date für das fach er haupt den geld und hat nicht schuld streit hat den nach meyer hat auch gelegt ob er handelt und gottes ihn gebaut er weiß was gott verlangen so hier sind wir in welches prinzip von dem konflikt geleist wurde er sieht nicht gut er hält eine verzeihung nur er sagt streck den schuld streck den schuld der abfallende denke hier ist dass diese man für zu werden zu tun verscht vor auf ein drittchen dann sehen sie wer diese ruts und die stahl der man wir wollen dort drehgeben und wollen nichts von den vateren wir wollen dort zu däunen was du gesagt hast dort freud nehemiah aber nehemiah wist wie menschen denken die nächsten dage färten oder anders war dann sagte er er rote die priester und leid entschweren dass sie dort däunen wurden das verfallen ganz falsch dann sagt er ok dann kommen die her hier ist sein das geht das war dann seht er und er schadet alles was ich in meine Kleider drüge und seht so soll Gott jeder in sein Haus und sein haben geht und rutsch haben was das versprechen nicht hält und er soll die schadet und lade sein und die ganze gemeint seht Amen so soll das sein wer seht die ganze gemeint die arme die rechte der angestallte alle und das versprechen dort zu train davon weil das problem dort wie ein allgemeine problem das wäre nicht bloß zwischen zwei menschen die ganze am gebe was das was ist nicht verlangt dass die menschen durch werden wenn das dink wird drast gestalt im bus er tun und die menschen sollen durch sein wenn das versprechen wird gemerkt dass es wird drast gestalt worden na mir er up das ganze fall taub das lehrende personen versprechen nicht bloß das soll sein und nicht bloß das soll verantwortlich sein was passiert wird das was wird das resultat die ganze man die sich einig so soll es sein und sie loofte den harn und das wort geh hole das nehemiah er wird sein weg hat jammer wann er noch hat wir die menschen müssen alles schaffen wir lesen von vers 14 durch 18 er sagt von der tid an als er angestellt wird das sagt nehemiah die verwollte er das land juda zu sein von der 20. jahr bei 32. jahr von dem könig arta sasta dort seit 12 jahr lehnt das ankommen auf was mir und meine breite als verwollter traf er kein loan für president sein er nicht er seht die verwellter schaden die falsche wurde last abgelacht sie verlangten von nicht bloß brot in wien sie verlangten jeden dag 40 sauber stecker in ihre angestallten manner jenen gewaltmässig mit der folge arm ich hatte über nichts so woran ich fühlte ich Gott verricht sagte ich geif mir auch ganz hand um an die mehr zu arbeiten und kauf kein land und meine lüden mussten sich durch alle die Arbeit anfangen jeder einer muss kommen schaffen bei wie weg die Menschen und da bin wir von den Jüden und von den Rots Männer 150 und meinen Dersch und auch die von den Felder von Ramans Wunden nur an Schäumen 150 von dieser Reckimane wie der Ramazin da steht er da in Vers 18 sagt er und dort bräckte wie alle Dach ein Ball saß die gesagte Schub und dann noch keiner fahre dabei jeder Dach und dann noch alle Tieren Dach eine bestemmde Mut wie über Dau we fordert nicht ankommen was mich als Verwalter traf weil sie nicht schwer genug auf das Volk lag und wird es nicht mehr wohlhabender Mann hat keinen Lohn für seine Arbeit und 150 Männer jeder Dach hätte gegeben in seine eine Kurs die hat nur all das 19 erfahrer ich einmal sagte Dänkte hon mein Gott und lass mich da zu Gott kommen was ich für das Volk du hast und er leid warum wenn er nach dem der reil schafft er seht der nur wo wir by die Stadt er schafft und wenn er muss das halve Volk aus Krieges angestellt haben um beschätzen dass die mehr wurde beid und wenn wir wieder näher mehr lesen det war vor dem der vor den end gesagt und die staat wie beschätzt so er hat fehl für sein Volk als Verwalter hat das recht für die Antwort der Vater für was er hat das Volk ist schuldig sein für einen mittel Lebensstil zu betolen dass er schein hat und er braucht seine Geld am unter halb er hat seine Arbeit auf die Mauer er bietet auch dass die vant Grata vart wo der hittet wo er he sam den er nicht act er nicht so ser dass die andere har die don will es gott färght das wird ganz andere lehrer an fahrt die don ho de andre har gott nicht färght sie har er mat mas handelt nah mehr mögen seien positiven eindruck ab dat fall wenn andere menschen ramme an zau wat er verging die wat er tröbelde die die sah wat hier geschaf wat die sah ab einmal den groten allmachen got dat die warte hier verharlicht da sind noch felle fräu wat junt war abgestohen san ob dat lesen un junt junt ewa vraagt einer den andren wan die fräu ha wen jes fehl ritene met dat kapitel dat krivi van der lang nicht ola is sacht ab wan wie os gemeinde weil jesus sin gode nur eich rück strål dat ha fehl met down wo wie ons behandel down wo wie probleme leise down wo wie in einig kert haupt schoffen down mein bisch ball er sand die schaffte wat we alle taub habe korn ab einmal ging ich eingeschafften kaputt und ab einmal schaffte war er wenn die schaffte alle taub und dann redet war dort wie wort von der einig kert im finanziellen aber das und wann wie die ober reich down ist diese jüde die dort versteht das zeugnis von jesus christus einmal haben fern wie die welt war für jesus gewann dann ist ein ding wichtig dass wir einer für den anderen da sind wenn jesus sagt ich will nie gebaut geben wie gleich von hier nicht dort ist von der noch krax nie ist dann das seht dort sind johannes worum sagt ihr das wenn die leufe haben wird alle man sein dort die meine jünger sind wer wird das sein bloß die gemeinde noch alle man ganz raum dort die meine jünger sind wer wird ihr kriegen jesus und dort wurden mehr am zu down wir dort gott sie nun nicht wird angeschwingt worden die erste war ich wenn jesus getragen worden sind nicht an sie wird sondern dort haben ihr leid zu tun was wir einen für den anderen haben ich glaube nicht dass wir uns nicht einig sind ich glaube nicht dass von der streit ist uns das ist nicht meine meinung aber hier ist ein großes gewicht ab dass wir hier sind die Einigkeit ist viele von uns wir treffen uns habsaglich hier am sind morgens und so leid wird wirklich mal auf eine probe gestellt aber die ne mehr sind die schafft an die muhr alle taub ich glaube sie war der rekt und die war mit ne mehr taub am das saut und die hat alle andere erkenne auf ihres glöwe gemerkt und so wieder das sei a schwor da beant viele schafft die taub an die mehr an dem tun und die gegrote worden gebet word fehler den ja woran sind der drop merken die gefe den ehemir seine titel verhebt war nicht ja ich weiß die leid war der zahl von ab na an ja das ist auch ein aber das sind die movies und das sind noch viele meyer die ja wo viele tieten and yet what meint dot dot uns viel von die t dot in der und tit war uns noch left martina hollit ever down what we would have come here down this match door to the bibelt the data the or top snobers se karen er sick beta se rede mat not as schaft top sie wounded top all they go to hand ich kette what we have lewe the lake we in the merck on the leve leichte but the merck uns einsammer wiki felle kreste von der osse dag die verloot die gemeinde sie bleibe tuus und sie brauche das internet kann sich gesslich näher na du hast auch in hand ich kehrt bahn du hast auch in wiet bahn du hafe xine städte wo das fend brauche es besonders verliebt was nicht kenne riet vor meyer die blie tuus die ha er städten hebräer tieren verschrieben 20 sagt von der versammlung war ich blieben so es eingedäunen weil ich nicht über viel leber anzuneinander motos sprechen wenn wir am sind morgens taub sind da ist die meinschaft wichtig er sagt und dort ist wichtig will es den letzten Tag Nura kommt so dass die sein kann und dort kam von dem klo sein der letzte werden die drei personen von hier von unserer kolonie von der letzte dag waren er meine und die noch nicht aber die campos ich nur für jeder einen von uns was sagt ich habe Gemeinschaft in anderen anderen sprechen Motto die weite trage hat von 100% mit ans mindset zu tun was die mentalität ist was wir denken daun was meine hext priorities in meinem Leben was mir wichtig ist in meinem Leben dort wo ich trage mit sein was fehlt von dort nehmen wir nicht mit den Eivigkeiten an von euch für nicht das was wir haben wo wir mit Schafe auf Gott und das blitzige Lied am karten Tiet so wir haben ein Team wird werden von 100% an die Dinge an was wir nicht mit nehmen worden und an Bitt geratet Prozent Tiet geben für dort was ein Eivigkeitsnutz bringen die Probleme zwischen der jüdischen Breite ansonsten in Jerusalem die hat lange gedreht nichts hat geändert sie sagen wie kann du nichts mit tun was ist wahrlich war Nehemiah ein Problem zu leihen Nehemiah war wahrlich mit Schafe und zu handeln und wie weiter hat ein es leves wo das ist wenn die in ons lewe hat wie das eigentlich muss mit deilen mit jemand nicht dass es wiederkommt dass es los von zu kommen wird aus aus einzelnen personen aus gemeinde wie hat das er vor wie bröcke das einzige mal die auf Bord worden und wie bröcke damit gehandelt wird so wie bröcke personen wird wahrlich sein eine leisung sein von dem Problem nicht ein Wort von dem Problem Personen wird ehrlich sein fort von der leisung zu sein und steht ein Problem so wenn die eine wahl ist der ist dann wo wir sind und dann wird die verlorene Welt sein wo Jesus ist wo Jesus ist und wer Jesus wirklich ist Gott Dank Dank für die Bibel die wurde und Dank für die die wir haben von uns gelt und die leisung hat für die Probleme in unserem Leben und dass wir mit alles gerne die kommen Ich danke die für die Gemeinschaft die wir können haben als Gläubchen Ich freue die dass die die Gemeinschaft abbrecht zu halten und zu verbeter und die noem kann hocht geloof und gepriesen worden Das bete ich in Jesus sin noem Amen